Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Prognose hier in FIFA 18. Frankreich gegen Dänemark. Frankreich ist schon sicher im 8. Finale. Dänemark braucht hier zumindest einen Punkt oder irgendwas in der Art. Niederlage wäre auf jeden Fall sehr schlecht. Dänemark hat aktuell zum aktuellen Zeitpunkt 4 Punkte. Australien 1. Sollte Australien gegen die bereits ausgeschiedenen Peruaner gewinnen, kommen sie auch auf 4. Und dann geht es um die Tordifferenz. Und ja, deswegen wäre es für Dänemark natürlich sehr, sehr vorteilhaft, hier zum mindesten Punkt zu erringen, um die 5 Punkte voll zu machen und damit Australien hinter sich zu lassen. Also bei mindestens einem Punkt ist Dänemark sicher weiter. Auch bei einer Niederlage kommt es, wie gesagt, auf die Tordifferenz an. Wobei sie bei einer Eintore-Niederlage halt auch die aus Dreier maximal mit Eintorführung gewinnen dürfen. Das hier könnte übrigens die vorletzte Prognose mit dem aktuellen Mikrofon sein. Also ich werde das Parallelspiel Australien gegen Peru vermutlich auch noch mit diesem hier aufnehmen. Dadurch, dass es aber immer wieder so viele Aussetzer hatte, gerade in letzter Zeit. Ich glaube, ich habe in den letzten 3 Videos, die ich aufgenommen habe, jeweils ein Video- und Sound-Aussetzer gehabt. Und allein gegen Spanien ja 2 in der letzten Spanien-Prognose. Das ging mir ein bisschen sehr auf die Nerven, vor allem, weil ich es halt nicht direkt mitbekomme. Es nimmt halt einfach nicht mehr auf und es bringt halt irgendwie auch meinen kompletten Computer zum Abspacken. Also wenn ich das Mikrofon eingesteckt habe, während mein Render-Programm läuft und es dann anfängt, sich plötzlich, ja, rumzuspacken, dann merke ich das ja noch weniger, weil ich es ja gar nicht nutze aktuell. Und dann fängt mein kompletter PC an zu ruckeln und was weiß ich. Also irgendwas stimmt mit dem Ding überhaupt nicht. Ich nutze es jetzt ja auch seit 3 Jahren und bin damit eigentlich sehr zufrieden und habe deswegen heute ganz, ganz kurzfristig, nachdem ich das dann heute, ja, dann doch wieder mal angenervt hat, in der heutigen Aufnahme dann wieder direkt die letzten 5 Minuten, die hier aufgezeichnet wurden. Zum Glück nur die letzten 5 Minuten. Habe ich mich dann umentschieden und habe mir dann sofort gesagt, alles klar, ich gebe dem jetzt keine weitere Chance, ich kaufe mir jetzt sofort ein neues. Und das kommt auch anscheinend morgen schon an. Das heißt, es könnte, wie gesagt, die vorletzte Prognose mit dem aktuellen Mikrofon sein. Nur mal als kleine Information, dann sollte dieses Problem mit dem Mikrofon scheitert sich ab hoffentlich nicht mehr auftauchen. Frankreich jetzt hier natürlich, wie gesagt, die können ganz locker aufspielen. Für sie geht es hier maximal um den Gruppensieg. Die haben 6 Punkte, denen man könnte auf 7 kommen mit einem Sieg, dann wäre man halt nur Zweiter. Aber was soll's, man spielt eben gegen den Sieger der Gruppe D. Und das wird aktueller Stand, das Spiel Argentinien gegen, weiß ich gar nicht, ich glaube Nigeria. Ah, ne, Argentinien und Kroatien ist, glaube ich, jetzt sogar, oh, das wird sogar sehr interessant. Das findet gleich statt, nachdem ich mit dieser Prognose hier fertig bin, das schaue ich mir dann auch sofort an. Hat noch nicht stattgefunden, deswegen aktueller Stand ist Kroatien oder Argentinien. Und sicherlich der Favorit, da ist Mbappé und da ist es 1-0. Schmeichel kann den Ball nur abprallen lassen und dann kommt Mbappé da frei zum Einschuss. Ja, wie gesagt, vermutlich Favoriten in Gruppe D sind ja definitiv Argentinien und Kroatien. Aber auch Island kann ja noch eine Rolle mitspielen. Vielleicht machen sie es so wie 2016 und schaffen es dann doch wieder relativ weit. Trotzdem in dem Argentinien hat zumindest gegen Island jetzt keine Leistung gezeigt, vor der man groß Angst haben müsste. Die Franzosen selbst natürlich auch nicht, aber von daher ist es vielleicht hier auch gar nicht so relevant, ob man Gruppen 1. oder Gruppe 2. wird. Vor allem, weil sich das hier auch erst nach dem eigenen Spiel entscheiden wird. Weil es dann der letzte Spieltag in Gruppe D stattfindet. Also, ja, ist dann eben die Frage, wird man hier dann noch auf Volldampf gehen? Die Dänen müssen, wie gesagt, auf Volldampf gehen. Unentschieden brauchen sie hier mindestens. Damit werden sie zwar sicher weiter, aber ist halt riskant, bis auf Ende auf Unentschieden zu spielen. Bei den ganzen Standards und Freistößen und vor allem Elfmetern, die auch Dänemark schon zwei gegen sich bekommen hat, die es in dieser WM gibt, ist das eben sehr riskant, quasi bis zur letzten Minute auf Unentschieden zu spielen. Also, wenn man dann eine Führung in der letzten Minute hätte, dann kann man sich eben auch noch dieses Gegentor leisten, um trotzdem weiterzukommen. Also, ich denke, es wird ein lockerflockiges Spiel. Denen werden sehr, sehr viel kommen, werden sehr, sehr viel offensiv tun. Und das kann gegen Franzosen, die vielleicht gar nicht mehr alles geben wollen, kann denen dann offensiv natürlich Freiräume geben. Wodurch das wiederum, obwohl sie da vermutlich am wenigsten Investitionen reinstecken in dieses Spiel, dann vielleicht sogar das überzeugendste Ergebnis sein könnte. Denn gerade Le Mans, Dembélé, Mbappé, Griezmann vorne, das sind so unfassbar sprintschnelle und abstoßstarke Spieler. Wenn die in den Konter kommen können, dann wird es gefährlich. Ich mache hier diesmal besser als vor dem 1-0. Bringt aber die Ecke und da ist Paul Poppa. Ich habe ja tatsächlich mit genau dieser Offensive hier einige Erfahrungen gemacht, denn am Anfang von FIFA 18 bestand ja mein Ultimate Team aus Franzosen. Da hatte ich ja einen Matuidi, da hatte ich ja einen Bakayoko, glaube ich damals auch. Ich glaube nicht, ich hatte sogar in Höchstphasen, wo mein Team am weitesten ausgebaut war, hatte ich ja einen Pogba, hatte ich einen Griezmann, hatte ich einen Lacazette. Auf den Außenbahnen dann ein Mbappé und ein Le Mans. Hinten ein Conte, unten ein Pogba und in der Innenverteidigung ein Koscielny, glaube ich. Varane, Sidi B und den letzten weiß ich gar nicht mehr, wenn ich auf der anderen, ich glaube Derni oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie man den ausschreibt. Den ist schon so ähnlich. Da ist Griezmann und den muss er eigentlich reinmachen und wenn er dann fällt, dann muss es doch... Also gibt... Muss man überlegen. Also Griezmann fällt in dem Moment sicherlich nicht ohne Grund. Der steht alleine vom gegnerischen Tor und hat den Ball am Fuß. Der muss nur noch schießen. Wenn er da fällt, dann muss da eigentlich auch wirklich was passiert sein. Ist halt die Frage, ob das dann elfmeterwürdig war oder nicht. Also ich bin der Meinung, wenn es nicht elfmeterwürdig ist, dann muss der Spieler auch nicht zwangsläufig fallen. Und in dem Falle fällt er halt nicht ohne Grund. Also in so einer Situation fällst du als Spieler nicht ohne Grund. Wenn du wirklich alleine frei vorm Tor stießt und gerade ausholst zum Schießen, ist es wirklich eine sehr, sehr strittige Situation. Ich denke, das war eine Situation, in der man auch elfmeter geben kann. Also auf jeden Fall in dem Fall erstmal Glück gehabt. Bei den Dänen, dass es hier keinen Elfmeter gegen sie gibt. Und man in dem Fall jetzt auch noch auf Schützenhöfe aus Peru hoffen muss. Bei Australien muss da ja gewinnen. Unentschieden von Australien reicht da definitiv nicht. Da muss der Sieg her. Jetzt aber erst, was siehst du? Mit dem Ball nach vorne. Pausen. Der wird in diesem Spiel nicht spielen, aber da ich die Franzosen ausgewählt habe, hatte ich jetzt keinen großen Einfluss auf die Aufstellung der Dänen. Habe ich auch tatsächlich nicht unbedingt dran gedacht. Jetzt, wo ich sehe, fällt es mir wieder ein. Und das gibt jetzt aber den Elfmeter. Also diese Pausen mit der zweiten gelben Karte, damit der erste Spieler, der tatsächlich für ein Spiel gesperrt ist, wäre der WM. Jens ist Drücker Larsen mit der gelben Karte und dem Elfmeter für Griezmann und die Franzosen. Und macht er ihn. Er macht ihn aber sowas von unhaltbar in den Winkel. Dann braucht Schmeichel sich auch gar nicht bewegen. Tut er auch nicht. 2 zu 0 Frankreich. Und damit auf gutem Wege nur durchzumarschieren. Als Gruppenerster mit drei Siegen aus drei Spielen. Die Dänen, wie gesagt, brauchen jetzt Schützenhilfe. Sollte, ja, Australien auch nur mit 1-0 gewinnen, wäre Dänemark jetzt trotzdem raus, weil sie jetzt schon eine schlechte Tordifferenz hätten. Von daher, ja, wird das Ganze hier nicht unbedingt angenehm werden, die letzten Minuten weiter zu spielen. Also man muss wirklich darauf hoffen, dass Peru sich hier mit Würde aus der WM verabschieden möchte. Der ersten WM seit, ich glaube, 36 Jahren. Was haben sie gesagt? Ich glaube, 36 Jahren, haben sie im WM gesagt. Dann werden die sicherlich nochmal was zeigen wollen im letzten Spiel. Sie hätten hier gegen Dänemark mehr als genug Chancen gehabt, um jetzt nicht schon raus zu sein, sondern nämlich die Dänen bereits rausgeschmissen zu haben. Aber das hat man dort ja ein bisschen vermasselt. Aber wie gesagt, um die geht es jetzt hier gar nicht. Es geht jetzt hier eher um die Dänen selbst, die eben sehr, sehr glücklich hier überhaupt die Chance haben. Die beste Ausgangsposition und Platz 2 haben. Und das hätte gegen Peru ganz anders laufen können, wenn nicht sogar müssen. Und auch gegen Austraien wurde es am Ende doch recht eng. Am Anfang hat man stark gespielt. In der zweiten Hälfte hat er aber fast nur noch Austraien gespielt. Dann hat man schon fast die Führung über die Zeit gerettet gegen Ende. Jetzt Quist. Da ist der Paulsen, der nicht spielen wird. Und da ist Lurie. Und da scheint eine Vernetzung vorhanden zu sein. Hernandez, kann der weitermachen? Sieht nicht so aus. Der Linksverteidiger von Real Madrid muss raus. Dafür wird Mondi einspringen. Und weiter geht es mit der Ecke für die Dänen. Hoffen wir, dass es für ihn nicht das Turnier aus bedeutet. Dann könnten sie im Achtelfinale sicherlich gebrauchen. Harter Fernschuss. Aber eigentlich kein Problem für Lurie. Wenn er da keinen Komplettaussetzer hat, sollte er den eigentlich fangen. Mit keinem Komplettaussetzer rede ich von Derea. Dem traut man ja normalerweise auch nicht zu, dass der einen Komplettaussetzer hat. Aber trotzdem ein. Gegen Portugal. Pogba. Und auf der Linie gerettet. Und dann das Handspiel von Giroud im gegnerischen Strafraum. Das Schiedsrichter hat aber Vorteil walten lassen. Weshalb die Dänen jetzt zu diesem Vorstoß kommen. Jürgensen. Delaney. Aber Pogba macht das stark. Jetzt wieder nach vorne. Pogba auf Giroud. Giroud kämpft sich da noch durch. Pogba steht oben bereit. Das sieht Giroud. Die Flanke genau. Auf Schmeiche. Der boxt den Ball aber genau gegen Griezmann. Wenn der da unglücklich ist. Es kann sehr, sehr sein, dass... Mein Gott. Es kann sein, dass der Ball sehr, sehr unglücklich von Griezmann da tatsächlich ins eigene Tor gesprungen wäre. Also ins Tor der Dänen. Jetzt die nächste Kopfballchance. Mbappé aus der zweiten Reihe. Dann Giroud. Und Christensen gerade noch so dazwischen. Frankreich drängt hier aufs 3-0. Aber weil sie eben auch die Chance dazu haben. Fallrückzieheransatz. Von, ich glaube es war Mbappé. Aber wieder ein Dänen dazwischen. Nächste Ecke. Schmeichel. Und Titi. Da ist Le Mar. Jetzt spielen sie einmal hinten rum. Und die. Neu reingekommen. Griezmann. Mbappé. Sieht Pogba da unten. Der sieht Giroud da oben. Der schießt. Und da ist wieder Schmeichel. Und es gibt den nächsten Eckball. Frankreich jetzt hier mit Dauerfeuer. Die haben jetzt richtig Lust am Fußballspielen gefunden. Und das, was man von ihnen schon in den anderen Spielen erwartet hat. Die haben Giroud an den Pfosten. Und die Dänen können aktuell wirklich nur hoffen, dass es nicht mehr auf die Tordifferenz ankommt. Denn die wird wohl nicht mehr deutlich besser werden hier. Kante. Im Vorwärtsgang. Der Ball war nicht so gut. Aber gibt ihm einen nächsten Einwurf an der Nähe des gegnerischen Strafraums für Frankreich. Griezmann. Pogba. Außer Distanz. Da war noch ein Dänen dazwischen. Gib den nächsten Eckball. Der kommt wieder gut auf Giroud. Und oben hätte da noch einer drankommen können. Nächste Ecke. Wie viele Ecken haben wir denn jetzt in Folge gesehen? Kante aus der Distanz. Abgeblockt. Und was gibt es? Ratet mal. Keine Ecke. Denn Le Mar war da noch dran. Hätte aber lieber da sein lassen sollen. Denn der war im Abseits. Mein Gott. Was für eine Druckphase der Franzosen. Spätestens durch die haben sie sich ihre zwei Toreführungen hier auch redlich verdient. Und ich glaube das war die offensivste Phase, die wir in der kompletten WM bis jetzt gesehen haben. Aber wie gesagt, ich habe es schon befürchtet, dass die Dänen eben offensiver spielen müssen. Und dass es Räume für die spielstarken Franzosen gibt. Und da ist Antoine Griezmann mit dem 3 zu 0. Gerade erst bei Atletico verlängert und mit einem Mannschaftskameraden, Nationalmannschaftskameraden dort jetzt auch zusammengekommen. Denn Le Mar hat den Wechsel von Monaco nach Atletico Madrid vollzogen. Und somit, ja, spielt er dort mit Griezmann jetzt zusammen. Frage ist, wechselt er die Seite? Oder ist das quasi das Aus für Carrasco dort? Der eigentlich dort auf der linken Außenseite gesetzt ist. Wer weiß, vielleicht kann Carrasco oder eben auch Le Mar eben auch auf der rechten Seite spielen. Ist dann so die Frage, ob man dann da viel rotiert oder ob einer von den beiden, oder was ist das, einer von den beiden, ob Carrasco dann da für den Verein verlässt. Oder einer von den beiden, wie er auf die rechte Seite rüber geht, wird sich dann zeigen. Vielleicht kann sich Le Mar ja auch gar nicht durchsetzen. Aber bringt er zumindest eine gute französische Kombo ein und bringt auch zusätzlich eine gute FIFA-Kombination ein. Griezmann, Le Mar ist sicherlich nicht die schlechteste linke Seite, die man wählen kann. Mit einem Perfect-Link da vorne kann man da auch viel machen. Also das freut mich für Autometim definitiv. Könnte eine der ersten Anstrebungen sein, die ich im nächsten FIFA machen werde. Aber die Franzosen haben mich ja auch in diesem FIFA eigentlich überzeugt. Ich hatte ja dann defensiv tatsächlich so ein paar Probleme, weil Varane nicht der stärkste Innenverteidiger war. Zumindest aktuell auch nicht. Vielleicht ist er im nächsten FIFA noch ein bisschen stärker. Und weil die Außenverteidiger eben einige Schwächen hatten, vielleicht kriegt Hernandez dann noch einen kleinen Schub. Ansonsten habe ich dann halt auf Hybrid umgebaut. Dann hat nämlich Pogba nicht so wirklich überzeugt. Und Conte auch nicht unbedingt. Die Bakayoko schon eher und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich dann ja von diesem französischen Team weggegangen. Aber könnte mich nächstes Jahr definitiv interessieren. Seht es aber erstmal ums Spiel. Conte. Giroud. Sie warnen sich den Weg nach vorne. Mbappé. Da fällt Griezmann, aber nicht strafstoßwürdig. Pogba. Da ist wieder Giroud. Da ist wieder Griezmann. In letzter Sekunde noch einer dazwischen. Mbappé. Flanke. Griezmann. Kopf bei Pfosten. Die drängen hier aufs 4-0, die Franzosen. Wie gesagt, Dänemark muss jetzt tatsächlich auf eine Niederlage aus 3-1. Das wird wohl nichts mehr hier mit dem Sieg. Und auch Tordifferenz mäßig. 3-2 wäre man... Ja, ich glaube, man wäre vor Australien, wenn die 1-0 gewinnen würden. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Trotz an dem. Auf das will man sicherlich nicht hoffen, dass sie, wenn sie gewinnen, nur mit 1-0 gewinnen und so weiter und so fort. Also im Idealfall gewinnen sie gar nicht. Das wäre für die Franzosen für die Dänen noch ganz gut. Wie gesagt, die Ausgangsposition ist für die Dänen sicherlich besser als für Australien. Aber Australien hat, wenn man Frankreich als Maßstab man nimmt, wahrscheinlich den etwas leichteren Gegner. Mbappé Conte. Und da ist Schmeichel noch. Das war, glaube ich, sehr laut gerade. Tut mir leid. Ah, letzten Minuten laufen. Jürgensen, Eriksen. Pausen, der nicht spielen wird. Mit der Flanke Sisto. Aber der hat ja noch Kopfball-Duell gegen Varane. Keine Chance. Und es geht wieder in die andere Richtung. Griezmann startet. Giroud sieht das. Giroud schickt Griezmann. Macht er seinen Dreierpack heute? Macht er seinen Dreierpack heute? Er macht ihn! 4-0 in der Nachspielzeit. Und damit sollte Griezmann, glaube ich, hier in unsere Prognosen-Tabelle hier anbelangt. Warum ich sage, dass ich sagen wollte, natürlich ist mein Mikrofon mal wieder abgekankt. Wer hätte es auch anders erwartet. Das ist wirklich, boah, es kommt morgen an das neue Mikrofon. Und ich hoffe, dass es kein Problem mit dem PC ist, den ich erst letztes Jahr repariert habe. Sondern es ist hoffentlich tatsächlich ein einzelnes Ding mit dem Mikrofon. Das Spiel ist vorbei. Es ist ein bisschen her, dass ich es aufgenommen habe. Von daher, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es gelaufen ist. 3-0 sollte es ausgegangen sein. Frankreich gewinnt damit. Setzt damit, ja, definitiv Dänemark. Und der Druck sollte aus 3-0 gewinnen. Auch nur knapp wäre das quasi schon fast das Aus für Dänemark noch. Auch noch so knapp vor Schluss. Ja, in unserer Tabelle hier sieht es ein bisschen anders aus. Da sagt Frankreich, die sagt, Frankreich und Australien wären weiter. Auch zu dem Zeitpunkt, zu dem Australien noch nicht gespielt hat. Was die zweite Prognose anbelangt, seht ihr nachher dann noch. Ja. Ansonsten kann ich nicht viel sagen. Außer, dass ich damals getippt habe. Das ist natürlich wieder nicht mit auf der Aufnahme drauf. Ich gucke mal ganz kurz nach. Mein Tipp für dieses Spiel war ursprünglich, ich glaube, ja, ein 3-1 für Frankreich. Weil ich davon ausgehe, dass Dänemark eben mindestens das Unentschieden braucht. Wenn nicht sogar auf Sieg spielt. Frankreich hingegen wird, naja, nicht wirklich viel tun für dieses Spiel. Aber ich glaube tatsächlich, das wird sein. Denn dadurch, dass Dänemark nach vorne gehen will und nicht mit dieses auf 0-0 verteidigen und dann das Risiko eingehen, kurz vor Schluss noch ein Gegentor zu bekommen, eröffnet das, glaube ich, Räumen für die schnellen Le Mans, Dembélé, Mbappé, Griezmann und Co., die dann einfach kontern können und jetzt vielleicht, obwohl sie gar nicht wirklich viel dafür tun, in diesem Spiel ihr offensiv attraktivstes Spiel machen können. Deswegen tippe ich auf 3-1 für Frankreich. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.